Servus, grüß! Servus, heu! Du, der Kick heute in der Indien-Rockpaar ist sozusagen heute eine Premiere-Feld, weil, unter einer neuen Flagge, wird es halt. Ja, also, es war folgendermaßen, wir haben ja damals gesagt, dann machen wir MyTastic. Es hat ja dann, da hat es weniger Gigs, viele Komplikationen gegeben, und riesen hin und her und weiß nicht was. Dann haben wir öfter mal Songs gespielt vom Ossi, da hat sich dann super guter gehört, da sind ja halt ziemlich ein Ossi-Romachang. Dann haben wir gesagt, hey, pass auf, machen wir Zweigsteuer von Ossi, und das war dann mein Servet. Da habe ich Geburtstunde, und dann haben wir halt noch und ab immer mehr Ossi- und Servet-Songs gelernt. Und, ja, heute haben wir da. Genau. Und du bist ja voll gerüstet, weil, mit drei Gitarren halt, gell? Genau. Saubere, fleue Gitarren. Wirst du ordentlich reinhauen, halt. Die Handelts sind in der Reihenfolge nicht richtig aufgestellt, weil logischerweise, Black Sabbath, die mittleres Gigsberg, mit IOMI halt. Dann Randy Rhoades, ordentlicherweise mit Randy Rhoades. Und dann haben wir noch eine Selbstbau-Gipsen, die am Sack Wilde einer so groß nachgebaut ist. Wahnsinn, ja. Ehrlich getan. Das ist von mir selber gebaut. Wer mal getan möchte, einfach Verscheißung. Und, genau. Genau. Das ist so. Jetzt muss ich noch eine kleine Schleichwerbung machen. Und dann haben wir ein cooler Modeling-Amp. Was ist denn? Man kann an jedem Amt, der man sich drauf beurteilen kann, damit nachmachen. Und, jeder, der mich so teuer für das, echt eine Geistzeit. Also, ich bin schon gespannt auf heute. Ja. Wie es wird. Ja, freu mich. Okay, merci, gell? Dankeschön. Bis bald, bis später. Alles klar.